einen wunderschönen guten abend und herzlich willkommen bei schwarz und blau aga tv wir hoffen ihr habt ein wundervolles wochenende gehabt und habt das tolle wetter ordentlich genossen in unserer heutigen sendung haben wir für euch einen weiteren stereotypen der generation z ein neues orga tv quiz welches wir euch in einem zweiteiler vorstellen werden und wir haben außerdem noch ein leckeres kochtutorial für euch zusammengestellt los geht es erst einmal mit unserem neuen quiz das da heißt orga tv activity viele von euch können sich unter dem begriff bestimmt schon was vorstellen für alle die das nicht können erkläre ich noch mal kurz wir haben zwei teams die in drei kategorien gegeneinander antreten das ist einmal zeichnen pantomime und erklären wir haben unser team so aufgeteilt dass wir jungs gegen mädels spielen um den unterschied zwischen den geschlechtern so ein bisschen auszutesten wie das aussieht und wer im endeffekt gewinnt das seht ihr heute unserem quiz viel spaß mit dem ersten teil hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren quiz bei orga tv heute haben wir die mädels hier zu meiner rechten und hier zu meiner linken jungs wollt ihr auch einen freundenschrei machen also ihr freut euch gar nicht okay egal also wir sind alle hoch motiviert wie ihr seht hier sind die karten mit den begriffen option ich wünsche euch ganz viel spaß und jetzt du kannst du die karte Stell ich zum Freddy dann vielleicht, damit ich das sehe. Hopp, mal jetzt. Okay, Katja, es ist schwierig. Wolke. Cloud. Das wäre auch mein Vorschlag gewesen. Drei. Drei. Wollen. Nee, darf man mal. Du darfst nichts sagen während der Mauer. Ja, darf man aber das Schreiben eigentlich. Nein. Ditt, 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 ditt. Okay. Die Zeit ist doch schon echt rum. Okay, also ich will. Himmel. Drei Himmel. No. Vergebt das. Das ist eng. Himmel. Himmel wie. Die Zeit ist rum. Sophie, die Zeit ist rum. Die Himmel, Wolke. Sophie, die Zeit ist rum. Sophie, die Zeit ist rum. Sophie, die Zeit ist rum. Rump, Schluss. Himmel, Arsch und Zwergeln. Ja, Wuhu. Das ist der Satz. Katharina benutzt das relativ häufig. Und du auch. Ich bin's. Ja, und was, wie heißt das, übergeordnete? Jugendsprache, Slang. Nein. Ja. Ja, schon wieder volle Punkte. Wieder Punkte für ohne. Du hast... Sehr, sehr witzig. Ein super cooles Partyspiel. Und in Teil 2 geht es genauso witzig weiter. Aber dazu kommen wir erst später. Denn jetzt widmen wir uns erstmal unseren zweiten Typen der Generation Z. Und zwar habt ihr ja letzte Woche bereits unseren ersten Typen, den Hipster, kennengelernt. Und heute zeigen wir euch unseren zweiten. Und zwar geht es um den Gamer. Und was ein Gamer zu einem Gamer macht, was der alles so auf dem Kasten hat, das zeigt euch jetzt unser lieber Bastian. Das ist Bastian. Bastian ist 24 Jahre und gehört damit zur Generation Z. Er ist auch ein Gamer. Aber was sind eigentlich Gamer? Als Gamer bezeichnet man heute nicht einfach Leute, die draußen mit dem Hund spielen. Nein, ganz im Gegenteil. Gamer vermeiden lieber die frische Luft. Sie bevorzugen oft dunkle und kühle Räume, in denen sie in Ruhe ihre Videospiele spielen können. Dazu benötigen sie in der Regel nur einen Bildschirm, die passende Spielekonsole und ein Spiel. Besonders beliebt sind bei der Generation Z Fußballspiele wie FIFA. Diese lassen sich online mit Freunden spielen und man kann sich so messen, ohne das Haus verlassen zu müssen. Aber Vorsicht, beim Verlieren ist man schnell frustriert und es bekommt meistens der Controller ab. Gamer verfügen über eine große Auswahl alter und neuer Spiele. Das Gaming findet aber nicht nur im Wohnzimmer auf der Couch vor der Konsole statt, sondern auch der Computer ist eine beliebte Variante zum Zocken. Gamer besitzen oft Spiele für mehrere Konsolen, den Computer oder andere Spieleplattformen. Bei jüngeren Spielern sind auch heute noch Game Boys sehr beliebt. Dort lassen sich vor allem langjährige Titel von Nintendo wie Mario Kart spielen. Seit dem Erfolg von Smartphones gibt es aber auch für Gamer, die das Haus doch mal verlassen wollen, neue Möglichkeiten. Wir sprechen hier von Mobile Gaming mit dem Smartphone. Ein neuer Trend im Mobile Gaming stellte im letzten Jahr das Spiel Pokémon Go dar. Wir hoffen, ihr wisst jetzt etwas mehr über Gamer Bescheid. Sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Damit wisst ihr nun Bescheid, was einen Gamer so ausmacht und ihr kennt schon zwei Stereotypen von der Generation Z. Wie es weitergeht mit den Stereotypen, das seht ihr in den nächsten Wochen. Also guckt fleißig ArgaTV. Genau, aber jetzt kommen wir zu unserem zweiten Teil des Quiz. Und zwar seht ihr jetzt, wie es weitergeht, welche Begriffe wir noch erraten und zeichnen oder zeigen mussten und wie viel Spaß wir dabei hatten und welches Geschlecht im Endeffekt das besser ist, das seht ihr jetzt. Noch ist... Jo, komm ey. Arsch. Bombe. Ich kann einfach... Ja, war schon. Oh jeee. Wie will man sowas trinken? Die Zeit läuft. Immer noch. Jo, 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 weil ihr Arsch nur eine Minute hatte. Komm, in die Hande wohl Himmel Arsch und Zwirn in einer Minute und drei Sekunden geschafft, oder? Ja, klar, auf jeden Fall. Hate Speech. Ohren. Hate war... Hate? Sag mal irgendwas. Also die... Hate Speech. Und die Zeit ist leider... Was wär's denn gewesen? Ja, das war ein Sauerkraut. Wie meint man denn Sauerkraut? Wie macht man das als Pantomime? Trug, trug, trug. Dach? 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 Haus? Mit so zwei Wörter. Haus? Verwirrt? Verwirrt? Verwirrt ist Haus. Verwirrt... Leider ist die Zeit auch bei euch, Frau. So, fertig. Die Zeit läuft jetzt. Wo ist denn der Schritt? Und los. Döner. Der Gerät. Dönerbude. Und wieder die volle Punktzahl für uns. Also wir haben vor der Sendung drüber gesprochen. Und zwar mache ich es gerade unter den Arm. Schweiß. Wieder Schweiß. Ich denke schon. Du musst eine Pantomime machen, oder? Spice Girls. Gamer. Spice Girls. Musik. Musik. Musical.ly. Da ist nicht ein Angst. Wann du nehmen? Ja, komm. Zeig dir. Oh, ja. Das ist mega schwer. Habilitation. Professor. Professor Scholz. Oh, ja. Eiskunstlauf. Eiskunstlauf. Pirouette. Eiskunstlauf. Pirouette. Gehen. Boah. Boah. Oh. Oh, das ist doch easy. Stripper. Ah. Vielleicht in die Kamera, dass man es sieht. Gogo-Tänzer. Das schwirrt noch können. Geld. Und die Zeit ist um. Tut mir leid. Wieder keine Punkte. 4 zu 4 geht es wieder aus. Wieder das Unentschieden. Gerechte Punkteteilung zwischen den Mädels und den Jungs. Oho, ein Unentschieden. Aber ich muss dir sagen, ihr Mädels wart wirklich besser. Mein lieber Mann, aber ich muss sagen, diese Pantomime, das liegt dir, Theresa. Das liegt dir wirklich. Dankeschön. Ich nehme es jetzt mal einfach als Kompliment. Gerne. Kannst du auf jeden Fall. Doch, doch. Das Irrstehaus hätte ich erkannt. Ehrlich? Ja, ich glaube schon. Ich bin auch, Katja war auch nah dran. Ja, war sie auch. Sie war aber auch selbst verwirrt, glaube ich. Das glaube ich auch. Aber verrückt sein, ja. Das kann ich. Nachdem wir dir den Kopf hier an der Wand drangeschlagen haben. Ja, ja, dem geht es gut. Dem geht es gut. Ja, das freut mich. Dem geht es gut. Alles gut. Aber ich finde natürlich auch, dass wir Mädels natürlich die Besseren waren. Aber das lassen wir natürlich ja nicht auf uns sitzen, denn wir haben uns auf jeden Fall schon mal ein neues Quiz ausgedacht, das wir euch dann in den kommenden Wochen zeigen werden. Und da gibt es dann die Revanche. Und da können wir Mädels uns dann mal ordentlich beweisen. Genau. Da ziehen wir die Jungs mal ganz schön ab hier. Oh ja, also Jungs, zieht euch warm an hier. Da wir beim Stichwort Jungs sind, heute in unserem Kochtutorial gibt es was ganz, ganz, ganz leckeres. Und das ist wirklich Männersache. Jetzt kommt das Kochtutorial. Jungs. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Es geht doch nichts über ein saftiges Schnitzel. Das dürfte euch Jungs doch gefallen haben. Und wenn ihr das noch nicht könnt, dann ran an die Töpfe. Oh ja, ich glaube es auch. Das würde den Jungs gut gefallen. Und für mich gibt es dann einfach ein vegetarisches Schnitzel. Und somit sind wir schon fast wieder am Ende unserer Sendung angekommen. Aber natürlich darf der coole Jo nicht fehlen, denn der zeigt euch jetzt nochmal die coolsten und angesagtesten Events am kommenden Wochenende. Denn schließlich steht ja Pfingsten vor der Tür. Ja! Am Donnerstag, den 1. Juni, beginnt das größte Volksfest im Südwesten der Republik. Über 100.000 Menschen werden in den kommenden drei Tagen den spannenden Programmmix in der Innenstadt und allen Stadtteilen Saarlouis besuchen, der am Samstag mit einem großen Musikfeuerwerk endet. Das Partywochenende beginnt am Freitag, den 2. Juni. In der Kufa spielt Dr. Peacock und The Mastery sowie noch weitere Artists. Los geht's um 23 Uhr. Tickets gibt's auf reservix.de für 18 Euro. Im Mauerpfal verpräsentiert Tiefklang DSCI 4 mit Drum & Bass. Los geht's um Mitternacht. Im Modul läuft Synthie Punk mit Hildegard von Binge Drinking, Crowdrock und Robo Vocals, was auch immer das heißt. Los geht's um 20 Uhr. In der Garage läuft der Freitag-Party-Klassiker Best-of-Garage, freier Eintritt von 11 bis halb 12 Uhr, Pils für 1,80. Am Samstag, den 3. Juni, beginnt das Ulanen-Pavillon-Wochenende. Bei schönem Wetter gibt's ab 11 Uhr morgens alles denkbar Leckere. Abends kann ab 11 im Seven gefeiert werden mit dem Smash-Event, hauptsächlich Black, bisschen Haus im Mauerpfalverdi. Ebene 2 mit Die Fretzen und Dirty Erdi im Club Number One bzw. Apartment. Die Back-to-Black-Nacht mit Hip-Hop und R&B steigt ab 23 Uhr ebenfalls Hip-Hop im Soho mit der Hip-Hop One-Crew ab. Am Sonntag, den 4. Juni, ist Pfingstsonntag und in Saarbrücken scheint ein Ruhetag zu sein. Wer ganz weit fahren will, kann zum Grashüpfer-Open-Air-Festival nach Karlsruhe. Tickets gibt's auf Eventbrite für zwischen 20 und 70 Euro. Los geht's um 13 Uhr. Montag, den 5. Juni, überspringen wir mal, denn da sehe ich keine Events. Allerdings am Dienstag, den 6. Juni, ist Kinotag und der neue Baywatch kann im Sinister Saarbrücken für 6 Euro gesehen werden. Ja, das war's auch schon wieder mit eurem Jo aus der Orga TV Zentrale. Wenn du deine Events hier vorgestellt haben willst, schick mir eine Mail an orga-tv at orga.uni-sb.de. Jetzt geht's zurück ins Studio. Ich wünsche euch eine schöne Woche und feiert gut. Vielen Dank an Jo. Da hat er uns ja mal wieder einige Events zusammengefasst. Mein lieber Mann, mein lieber Mann. Da haben wir alle mal wieder die Qual der Wahl. Aber ich gehe davon aus, dass auch für euch irgendwas Passendes dabei war. Da bin ich absolut sicher. Und schließlich ist ja Pfingstwochenende. Und das heißt für uns alle verlängert das Wochenende. Wem gefällt das nicht, oder? Ja. Ich muss ja echt sagen, der Mai und der Juni, das sind eine meiner absoluten Lieblingsmonate. Da gibt es so viele Feiertage. Das ist so toll. Meine auch. Meine auch. Und was hast du Schönes vor am Wochenende? Was machst du Schönes? Also ich habe ja am Wochenende Geburtstag. Stimmt. Ja. Und ja, da fliege ich gehen Süden. Ja. Wow. Ja, ich bin bis Montag aus dem Lande raus. Aber Dienstag und Mittwoch, natürlich zu OrgaTV, bin ich natürlich wieder hier. Klar, ich meine OrgaTV ohne die Sophie. Geht das? Danke, danke. Ja, aber das klingt richtig, richtig schön. Das, was ich mache, ist leider nicht so schön. Wieso? Was hast du denn vor? Ich fahre nicht in den Süden. Ich fahre nach Stuttgart zu meiner Familie. Oh, das ist doch auch schön, oder? Und was macht ihr da so? Ja, meine Tante hat Geburtstag und wir grillen ein bisschen. Deswegen hoffe ich, dass das Wetter auch hält. Auf jeden Fall. Und wir hoffen, dass das Wetter auch gut wird. Und wie das Wetter wird am Wochenende, das zeigt euch jetzt unsere liebe Wetterfee, die Katharina. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es ist schon wieder Zeit fürs Wetter. Ganz so gute Neuigkeiten die letzte Woche habe ich heute leider nicht für euch, denn nächste Woche wird es insgesamt wechselhaft. Aber starten wir erstmal mit Donnerstag, dem 1. Juni. Neben wunderschönem Sonnenschein und heißen 28 Grad lässt sich hier und da meine Wölkchen flicken. Also noch kein Grund zur Sorge, denn es bleibt heiß. Auch Freitag und Samstag bleibt es bei 29 Grad sonnig. Allerdings kann es Freitagabend vereinzelt zu Gewittern kommen. Also tankt nochmal ordentlich Sonne, schnappt euch eure Freunde und begebt euch an den nächsten See oder legt euch ins Schwimmbad, denn für Sonntag ist leider wieder Regen angesagt. Der lässt uns dann wieder etwas abkühlen und bringt immerhin noch warme 22 Grad aufs Thermometer. Montag und Dienstag ist dann wieder Eisessen angesagt, denn hier lässt sich die Sonne dann wieder öfter blicken und lässt die Temperaturen wieder auf bis zu 26 Grad ansteigen. Ich hoffe, ihr seid nächste Woche wieder dabei, wenn es heißt, es ist 18.18 Uhr mit OrgaTV. Sehr, sehr nice. Das klingt doch nach einem tollen sonnigen Wochenende. Genau so soll das sein, genau so kann es nämlich immer sein, denn ich liebe den Sommer. Auf jeden Fall. Und damit verabschieden wir uns auch schon wieder bei euch. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr schaltet auch nächste Woche wieder ein, wie jeden Mittwoch live um 18.18 Uhr. Bis dahin sagen wir an dieser Stelle Tschüss. Wir wünschen euch ein wundervolles, verlängertes Wochenende. Genießt es in vollen Zügen und wir sagen Tschüss und Ciao bei OrgaTV. Tschüss. Tschüss. Tschüss.